Wenn ihr euch mal vorstellt, ein Arschloch, den sieht man nicht, weil das ein Loch ist. Und ein Loch spürt man nicht, und ein Loch ist ein Loch. Und Arschloch ist also einfach ein Nichts. Hallo Leute und willkommen wieder zurück zu einem weiteren Part von Minecraft. Und heute wollte ich ein bisschen was machen, was ihr nicht wollt. Und zwar ist es, naja, naja, Hallöchen auf jeden Fall. Und ja, ich brauche jetzt ein bisschen Minecraft. Endlich mal wieder. Und deshalb mache ich jetzt ein bisschen Minecraft. Mache ich Minecraft hier. Und nein, ich meine, ich nehme ein bisschen Minecraft auf. Und heute wollte ich eigentlich einfach anfangen, ein bisschen unser Häuschen besser zu machen. Let's make better our Häuschen, genau. Ähm, aber was ich mich jetzt fragen würde, gerade im Moment, in welcher Richtung sollen wir das denn tun? Denn hier haben wir die Farm. Hier haben wir fucking scheiß Bauarbeiter hier. Tut mir leid, wenn ihr diese Spassi hört. Ich kriege, es gibt wirklich keine Auszeit für die. Ähm, ja, aber nee, das verdammte dritte Mal, wo ich Hallöwag. Nein, okay. Auf jeden Fall. Naja, ich weiß nicht, in welche Richtung. Ich könnte theoretisch auch nach vorne bauen. Ähm, mache ich vielleicht sogar. Oder hier hin. Aber nach hinten eher nicht. Wie passt das denn am besten irgendwie? Ich will das ja, ähm... Ich glaube, wir machen das so am besten. Ähm... Oh, übrigens, ich habe den Wassereimer neu texturiert. Das ist ein bisschen klonky aus, aber naja, lasst's mal. Ähm... Naja, wenigstens passt es ein bisschen besser. Und das Eisenschwert, könnt ihr mal schreiben. Ähm, wie findet ihr eigentlich das Eisenschwert? Soll ich das irgendwann noch ändern? Weil... Ein paar haben mir gesagt... Also, der nervige Freund hat mir gesagt, ich soll das mal ändern. Weil es nicht aussieht wie ein Schwert. Ja, so sieht es eigentlich auch nicht. Und... Naja, also es ist eher sowas wie ein Hammer. Naja. Meiner Meinung nach sieht es eigentlich schon ziemlich cool aus. Aber ich kann es noch verändern. Etwa im gleichen Stil. Einfach mehr schwertmäßig. Ich könnte euch das mal fragen können. Wollt ihr das machen? Also, wollt ihr, dass ich das tun werde? Irgendwie. Wahrscheinlich schreibt mir das sowieso kein Schwein. Aber ich bitte euch, wenn ihr das hier schaut, dann... Was fändet ihr besser? Einfach. Einfach so. Ich will jetzt nicht... Ob ich jetzt... Ob es euch jetzt scheißegal ist oder nicht. Ob... Wie mein Schwert ist. Ist mir jetzt eigentlich egal. Ne. Ich mein... Einfach... Wie... Wie fändet ihr es etwa besser? Also, wie... Wie gefällt... Wie würde es euch eher gefallen? Ich würde jetzt euch einfach mal dazu zwingen, sozusagen... Endlich einen Kommentar zu schreiben. Und mir zu sagen, was... Was hier von... Was hält von dem... Naja. Also, bitte tut es, wenn ich euch dazu auffordere. Und so. Ne. Auf jeden Fall. Ähm. Heute bauen wir ein bisschen unser Häuschen weiter aus. Und ich hab mir überlegt, wir könnten das Ganze auch so machen. Zwei, drei Blöcke. Und dann müssten wir das wieder stopfen, das Loch hier. Mach ich jetzt gerade mal. So. Ähm. Ist ja immer so schön ein bisschen ein Häuschen bauen. Das einzige Problem ist, wenn ich Häuschen baue, dann sollte es auch irgendwo ein Thema haben. Weil ihr... Ihr wollt sicher nicht irgendwie einfach gar nichts hören von mir. Während... Also, irgendwie... Sagen hören, ey. Ja, bauen wir das so und so und so. Sondern ihr wollt ja sicher ein Thema haben. Theoretisch kann ich das jetzt auch nachschauen. Oder wir nehmen einfach das Thema Kekse. Weil ich einen Keks in meiner Hand habe. So. Um, 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 um. So. Hm. Hm. Übrigens am Donnerstag ist kein Video gekommen. Ich war sehr, sehr, sehr beschäftigt. Für die Schule und so weiter und so fort. Also, wisst ihr Bescheid. Ist ja immer so. Schule ist... Ist einfach mal ein bisschen stressig und so. Und... Naja, tut mir leid. Auf jeden Fall ist, glaube ich, am Freitag zwei. Sollten wir auch kommen. Ich bin jetzt gerade... Heute ist Freitag für mich. Nimm mich gerade auf. Und das heißt, vielleicht kommen heute, beziehungsweise sind, glaube ich, gestern, wenn ich das so sage, sind gestern zwei Videos gekommen. Mal schauen. Vielleicht sind auch nur ein Video gekommen. Aber ich glaube, es sind zwei. Weil ich mir so viel mehr gegeben habe. Ihr wisst das nicht, ich weiß es nicht. Oh mein Gott. Ihr könntet jetzt sowas wie hell sehen. Für mich. Yeah. Okay. Auf jeden Fall. Ähm. Ja. Was soll ich sagen? Ich weiß es nicht. Ich baue euch in der Schaufel. Aber nein. Das ist mir scheißegal. Ich baue jetzt einfach mal weiter. Okay. Ich will das einigermaßen... Symmetrisch... Oh, fuck. Symmetrisch bauen. Ja, genau. Nicht einen Kaktus laufen. Eins, zwei, drei, vier. Okay. Eins, zwei, drei, vier. Und dann verkacke ich natürlich. Yeah. Cool. Okay. Ähm. So. Genau. Oh Gott. So. Eins, zwei. Wie hoch ich eigentlich mein Häuschen... Äh. Drei Blöcke? Drei Blöcke. Okay. Dann können wir das so bauen. Drei. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. Ich müsste mal ein bisschen mehr... Und besser... Äh... Anschauen mal ein Häuschen. Dann können wir mal schauen. Okay. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, vier. Fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Zehn. Okay. Zehn Blöcke. Eins, zwei, drei. Fünf, fünf, sechs, sieben. Oder? Warte mal. Eins, zwei, drei. Fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. So. Eins, zwei... Ne, das ist zu hoch, glaube ich. Ja. Eindeutig zu hoch. So. Und dann hier eins, zwei. Eins, zwei. Mein Hund steht auf. Ich sehe es gerade im Bildschirm. Total cool. Yeah. Hundi. Nein. Oh, Mann. Hundi. Machst du nur die ganze Zeit? Nervst mich nur die ganze Zeit. Mann, oh, Mann. Okay. Eins, zwei. Dann müsste ich auch mal schauen. Eins, zwei, drei, vier. Sechs, sieben, acht, neun. Neun. Blöcke. Von hier. Eins, zwei, drei. Okay. Eins, zwei, drei, vier. Fünf, sechs. Sechs. Seben, acht, neun. Ja, in etwa. So. Äh, übrigens, wir wollten ein Thema ansprechen. Nicht irgendwas, irgendwelche Sachen zählen. Ja, worüber soll ich denn sprechen heute? Hm. Sag mal, worüber soll ich sprechen? Über meinen nervigen Freund könnte ich sprechen. Ne. Okay. Ich könnte über ein Thema sprechen, was hier irgendwo draufsteht. Vielleicht. Mit meinen Super-App kann ich das nachschauen, was ich erzählen soll. Videospiele. Wollt ihr sicher irgendwas hören von mir. Okay. Ich müsste das eigentlich vor der Aufnahme machen, aber ihr kennt mich. Ich bin einfach zu faul dafür. So. Nein, nein. Was zum Teufel mache ich überhaupt? Hallo. Hallo. Oh Gott. Hä? What the fuck? Hier gibt's nix interessantes. Interessant. Okay. Ist ja auch egal. Dann suchen wir uns irgendwie selbst ein Thema. Zwei, drei, vier, eins, zwei, eins. Blablabla. Genau. Okay. Bäumarbeit. Was sollen wir über Bauarbeiter sagen? Sie sind scheiße. Eins, zwei, drei. Ne. Also ich hasse es. Genau. Aber wisst ihr was? Ähm. Wir könnten über irgendetwas sprechen, was mir gerade in den Sinn kommt. Zum Beispiel. Zum Beispiel. Äh. Zum Beispiel könnten wir. Oh Gott. Jetzt kommt nichts im Sinn. Cool. Okay. Nein. Wir sprechen gerade jetzt. Im Moment. Über ein super cooles Thema. Das sich. Fuck. Scheiße. Nennt. Nicht. Okay. Nein. Mist. So. Tada. Genau. Und. Nein. Nicht fuck Scheiße. Stimmt. Ich wollte noch was anderes sagen. Weißt ihr was? Wir sprechen jetzt gerade über die Erderwärmung. Ähm. Erderwärmung. Stichwort. Es ist sehr, sehr schlimm. Und. Ja. Dü, 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 dü. Fertig. Okay. Nee. Also. Wisst. Wir können hier über. Es wird gerade Frühling. Moment. Seht ihr. Wird. Sprech jetzt gerade. Okay. Es wird ja gerade Frühling. Und. Äh. Wisst ihr alle Bescheid. Mehr als Dings. Danks. Und so. Und ich habe 43 Level. Das ist auch ganz, 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 ganz cool. Und. Ja. Also. Es ist hier gerade Frühling. Alle sind so froh und so. Weil. Also. Ich bin froh. Weil. Ihr wisst ja. Es ist so. Ich. Wir sind ja eigentlich nicht mal so in. In einem warmen Land. Wie Italien. Oder was. Ähm. Und. Ja. Also. Ja. Was soll ich sagen. Es stresst mich einfach ein bisschen. Hier zu sein. Wo ist kalt. Also dazu sagen. Wo es kalt ist. Ich komme. Ganz ehrlich. Nicht so gut damit klar. Vor. Und diese fucking Bauarbeiter. Nerven mich zu Tote. Wie sie immer mit ihrem Kran hier rumlatschen. Nichts gegen Krankrafter. So. Ähm. Auf jeden Fall. Ja. Also. Ich finde es ein bisschen. Blöd. Irgendwo zu sein. Wo es kalt ist. Deshalb freue ich mich richtig. 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 Auf den Sommer. Denn Sommer ist cool. Sommer ist richtig geil. Auch wenn es. Ein paar mit. Argument. Also. Argumentieren. Ja. Im Sommer kann man keine Schneeballschlachten. Machen. Aber. Ganz ehrlich. Ich bin ja. Irgendwie langsam aus dem Alter herausgewachsen. Wo ich Schneebälle mache. Und. Sie rumwerfe. Weil. Es nervt mich langsam eigentlich. Nur wenn ich so einen Schneeball sehe. Nee. Schneebälle machen. Mache ich immer noch gerne. Weil das ist einfach. Ich versuche manchmal wirklich. Einfach Schneebälle zu formen. Nicht irgendwie sie rumzuwerfen. Nur um sie. Um sie schön rund zu machen. Mache ich das manchmal. Also das ist irgendwie ganz witzig. Ich mache das nur um damit. Also um zu schauen. Wie rund ich einen Schneeball. Wirklich. Hinbringen. Und. Darum mache ich manchmal auch wirklich Schneebälle. Aber. Eigentlich nicht groß. Anders. Andere Momente. Irgendwann mache ich. Schneebälle um sie irgendwo rumzuwerfen. Das ist. Das ist für mich zu blöd. Und. Also. Na. Ich mag es einfach nicht. Es ist. Ja. Es ist einfach irgendwie. Was bringt das einen. Einen. Einen Schneeball in die Fresse zu werfen. Na. Ha. Ha. Ja. Kalt. Je. Cool. Und jetzt. Und jetzt bin ich froh. Ja. Ich habe den anderen genervt. Und ich bin stolz drauf. Auch. Das ist das Thema Mobbing. Ist auch so eine Sache. Also. Warum mobbt man jemanden? Ist man dann jetzt irgendwie stolz auf sich selbst. Weil man jemanden das. Das. Das lieben versaut. Mobbt oder was? Was ist denn da los? In dem Kopf. Also. Ich muss sagen. Ich. Bin wirklich noch nie. Nie. Never. In einer richtigen. Also noch nie der richtige Mobber gewesen. Also. Ich habe noch nie wirklich jemanden. richtig gemobbt. Ich habe ja Späße und sowas gemacht. Ja. Klar. Aber nicht wirklich. Keine Ahnung. Dass ich jemanden dann gemobbt habe. Dass ich jemanden dann schikaniert habe. Übrigens. Die Enderperle sieht auch ganz 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 neu aus. Und ist ganz neu. Und sieht meiner Meinung nach ziemlich cool aus. Und sowas ähnliches. Ähnliches. Äh. Gibt es auch in. In. In der. Augenform. So. Genau. Warum habe ich zweimal. Cat. Scheiße. Okay. Ja. Also. Warum mobbt man die? Was ist. Was ist der Sinn da? Was ist. Was bringt das einen? Es ist einfach. Blöd. Es ist einfach etwas. Oh Gott. Warum macht man sowas? Naja. Es ist eigentlich so eine Sache. Warum tut man das? Und. Weiß es nicht. Also. Ich weiß. Gut. Ich kann jetzt sagen. Ich bin noch nie gemobbt worden. So richtig. Stimmt das auch. Aber. Also. Ich wurde genervt. So richtig gehänselt. Nee. Aber die ganze Zeit. Irgendwelche. Nervfaktoren waren schon da. Ähm. Ja. Keine Ahnung. Was ich auch voran. So dumm finde. Warum sagt man. Man ist schwul. Hallo. Warum. Niemand. Weil. Warum. Oh mein Gott. Du bist dumm. Und. Deshalb bist du schwul. Weil jeder schwule ist irgendwie dumm. Alles klar. Deshalb war auch. Jeder. Äh. Michelangelo. Und weiß nicht was. Und. Leonardo da Vinci. Die übrigens alle auch schwul waren. Hatten ein. Äh. Bisschen minimal. Höheren IQ. Als ziemlich fast alle Menschen. Die da draußen irgendwo sind. Und. Äh. Ja klar. Das mal. Die schwulen sind ja dumm. Und so. Also das ist so ein Thema. Also ich weiß nicht. Warum. Warum sagt man. Man ist schwul. Als ist der Sinn dahinter. Schwul ist einfach ein Wort. Das ist eigentlich. Warum. Warum sollte man das eigentlich so benutzen. Als. Als. Ah. Was soll ich sagen. Als. So ein. Ernervendes. Fluchwort. Schimpfwort. Kackwort. In deinem Arschloch. Arschloch ist auch noch so eine Sache. Das finde ich eigentlich ganz. Ganz witzig sogar. Was. Warum sagt man einem Arschloch. Also. Wenn ihr euch mal vorstellt. Ein Arschloch. Den sieht man nicht. Weil das ein Loch ist. Und ein Loch spürt man nicht. Und ein Loch. Ist ein Loch. Und Arschloch. Ist also einfach ein Nichts. Deshalb ist das nicht. Warum. Warum verbindet man das mit nem. Mit nem. Ah. Ich weiß es nicht. Mit so einem Schimpfwort. Und. Warum. Ich. Ich weiß es nicht. Arsch. Ist ja schon. So eine Sache. Ist einfach ein Körperteil. Okay. Gut. Aber. Warum. Warum. Arschloch. Ich mein. Was. Was. Warum. Das ist einfach. Oh Gott. Warum. Egal. Also. Was. Mich würde es mal interessieren. Was. Was ihr davon haltet. So. Ob ihr irgendwelche seltsame. Sprich. Äh. Sprichwerte. Fluchwerte kennt. Die ihr einfach nicht versteht. Weil. Das ist. Es gibt wirklich so ein paar Sachen. Die. Die ein bisschen. Seltsam sind. Das würde mich mal freuen. Wenn ihr. Wenn ihr das in die Kommentare schreibt. Weil ihr das sowieso nicht tut. Also. Könnte mal. Ein bisschen Abwechslung. In die Sache reinbringen. Das wäre schon ziemlich nett. Und so. Ansonsten. Wie sagen. Wenn es euch gefallen hat. Dann lasst doch ein kleinen Däumchen. Nach oben. Und ein kleinem Fingerchen. Je nachdem. Was ihr. Eher mögt. Und. Äh. Wir sind schon. Ein bisschen weiter gekommen. Mit unserem Häuschen. Sieht bisher gar nicht mal so schlecht aus. Nein. Eigentlich gar nicht. Ich finde es bisher ganz schön. So. Ansonsten. Wir sagen. Wenn es euch gefallen hat. Lasst doch eine Bewertung da. Würden wir auf jeden Fall. Sehr 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 freuen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. In einem anderen Let's Play. Oder im gleichen Let's Play. Nachdem. In einem anderen Part. Naja. Auf jeden Fall. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bye. Und tschüss. Und ciao. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.